Hallo Leute! Herzlich Willkommen wieder bei Minecraft Days! Scheiße, ich habe nicht geschaut welcher Tag, aber scheißegal, ich glaube der 14. oder 15. Ja, und was machen wir heute? Das weiß ich noch nicht. Ich muss schauen, weil ich lange nicht aufgenommen habe. Okay, das haben wir. Achso, jetzt weiß ich, was wir machen. Wir machen weiter mit diesem, unser Hauhäuschen. Äh, ja, soweit wie gut es aussieht. Muss ich noch ein Dach machen. Äh, mit was kann ich das machen? So, zack, zack, zack. Hoppsa, hoppsa und hoppsa. Ich würde sagen, ich weiß nicht, wie soll ich das machen? Äh, ich denke nicht, wie soll ich das machen? Überleg mir, wie soll ich das machen? Ich glaube, jetzt weiß ich wie. Oh, geil, 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 geil. Ähm, haben wir ja was? Juuu! Alter! Ah, komm! Juuu! So! Zack! Ich denke, ich weiß nicht, wieso. Aber mir ist scheißegal. Zurück ist so schade, rück ist auch nicht. Ah, scheiße! Ich glaube, ein Bau reicht. Könnte ein Bau reichen. Könnte ein Bau reichen. Sag ich so. Äh, juuu! Wahrscheinlich habt ihr euch gesehen, ich hab noch ihr letztes Spiel angewandt. Mass Effect ist fertig. Gott sei Dank. Manchmal hat mir der Sack gegangen, sag ich so. Mass Effect. Äh, äh, ah, mach ich so. Zack. 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 Oh, ja, machen wir ja nodschchen. Zack. Zack, einfach. So, aufjher. Und nächstes Mal? Äh, äh, äh! Richtig, ja... Der war... für mich zu dunkel so das sollte uns ja genau jetzt weiß ich es mache ich ich mache was ganz tolles ich weiß nicht schauen wir ja wie das bisher aussehen was ich jetzt nicht schlecht aus man sehen also so wie ich wollte sagen wahrscheinlich komm nächsten ich baue mir einen computer ja und dadurch könnte sein dass ich werde ein paar videos nicht hier reinhauen ja mein computer ist langsam aber sie sind langsam so ein computer werde machen also das bedeutet ich werde nicht andere spiele spielen zum beispiel dragon age kann ich zu ende bringen weil der wahrscheinlich nicht so lecken und andere spiele ich komme neu raus ich weiß nicht ob ich 3 soll ich machen oder nicht aber glaube ich mache ich nicht aber ich bin nicht sicher aber ich weiß nicht noch borderlands habe ich noch offen ich habe neue let's play eingefahren aber ich suche immer wieder immer wieder immer noch jemanden wer will mit mir im borderlands 2 zusammenspielen zusammenspielen ja mein freund ist über gefragt aber der hat gecheatet und so weiter dadurch ist der sozusagen op nicht op aber ich kann das erzählen äh ja ist sehr stark sagen so zack haben wir noch das brauche ich noch auf zack zack oh schweinchen schweinchen weißt werde ich so nämlich machen zack 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 wahrscheinlich besser leben gell ha 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 so 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 wie viel zeit haben wir noch ja ein bisschen haben wir noch gut vielleicht werde ich heute fertig mit dem hauschen och ne das ist ist alle leer lecker so ja ja so und wie viel haben wir für esse sollte das da rein ach komm schon na ich hab gedacht zwei habe ich geblendet äh genau so noch einer vielleicht gleich kommt auch einer vielleicht gleich kommt auch einer oder haben wir schon sogar zwei so das reicht ja talala sieht aus egal lassen wir äh jo also das und das und haben wir das und ja aha 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 so 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 gott heute wird ja nicht so unterhaltsam wie andermals aber glaube ich irgendwie wieder rein ja und ja was wollte ich unbedingt sagen dankeschön leute welche hat mir abonniert letzte zeit abartig wie wird letzte zeit mich abonniert das aber heute heute ist der samstag 18 habe ich dann nehme ich den auf und und ja dankeschön das ihr hat mich abonniert ist glaube ich ach 13 leute das ist mein neuer rekord ich habe so viel viel dank erwartet jetzt wird es aber mal sehen wie der wird er laufen dann zack 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 och und jetzt und jetzt ähhh So, jetzt muss ich so machen. Taki ist langsam vorbei. Der Haus ist schon fertig. Was wird denn das Haus? Sag ich das gleich. Das wird unser Lager. Genau, Leute. Unser Lagerchen. Aber es ist ziemlich dunkel. Da drin. Mir gefällt überhaupt nicht. Ja, hab ich. Boah. Sau dunkel war. So. 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 Das ist besser aus. Äh, ja. Nein, nein, nein. So, haben wir. Weiß nicht, das ist so lang. Eins, zwei, drei. Warte. Wenn ich das so mache. Wenn ich das so mache. Ähm. Ja, komm schicken wir das. Ah, scheiß Kissen. Ah, scheiß Kissen. Ich hoffe jetzt nicht fehlen. Ah, ich wege. Ach komm, bauen wir das ab. Zack, zack, zack. So. Passt. Zack, zack. Ja, so. So. Äh. Hier muss der Eingang sein. Sein. Zack, zack. Ja. Ein bisschen. Wollte das runter machen. Aber scheiß Galt. Nein. Jetzt scheiß ich aus. Schon. Jetzt weiß ich, wie mache ich das. Das mache ich aufs Glas. Komplett mal aufs Glas. Äh, ja. Genau. Ausgelassen. Ich glaube es wird besser aussehen. Geiler. Ich weiß nicht so, bis ganz oben. Ich bin noch nicht fertig. Da kann ich wahrscheinlich verschieben, oder? Ja. Du. Du. Ja. Kann ich verschieben. Jetzt schau ich kurz. Äh. Boah. So der. Also ab hier. Also okay. Ich muss das verschieben. Ja. Passt. Aber jetzt. Das war's. Da bin ich noch ein bisschen überlegt. Was kann ich machen? Und ja Leute. Das war's Leute. Heute ist es nach. Und das bedeutet. Auch das ist jetzt schon zu Ende. Und ja. Wir sehen uns im nächsten Mal. Nächste Folge. Bis später. Ciao.